hallo und willkommen zu einem neuen video in eigener sache und zwar stellt sich in unserem fall ob denn die frage ob denn der familienrichter dr. marcus bühler vom amtsgericht ulm der für uns zuständig ist eine psychische störung hat bevor ich da in die details gehen noch der hinweis wenn ihr über neue videos unterrichtet werden wollt automatisch dann klickt den abonnieren button des freifam kanals auf youtube und aktiviert die glocke dann bekommt ihr benachrichtigungen über allen neuen videos ja der herr doktor marcus bühler der hat ja in mehreren beschlüssen behauptet dass ich unsere kinder schädigen würde wenn ich mit ihnen über das wechselmodell rede das wechselmodell ist die betreuung der kinder nach der trennung der elter auf gleichwertige art und weise also 50 50 die kinder verbringen bei beiden eltern gleich viel zeit und der herr doktor marcus bühler hat ohne beweise behauptet ich würde da unsere kinder schädigen wenn ich mit denen darüber rede die wahrheit ist die kinder wollten immer das wechselmodell und wie wir ja jetzt auch seit kurzem wissen ich habe es ja veröffentlicht auf der freifam seite ist es so dass ein psychologe genau das gegenteil festgestellt hat die mutter schädigt unsere kinder indem sie über mobbing über psychische folter diese dazu zwingt mich als vater zu verleugnen und da gibt es ja auch dieses video darüber dass ihr anschauen könnt ja und der doktor marcus bühler hat also seine beschlüsse auf basis einer lüge gemacht und ihr könnt ihn hier auf seiner website sehen die frage ist also warum macht ein familienrichter beschlüsse die fern jeder realität sind für die er auch keine beweise hat und er nimmt dann einfach so vier kindern den vater wobei dann ein kind zum vater floh weil es angst hatte das wusste der richter auch dass es den vater nie wieder sehen wird und trotzdem behält er nach wie vor unsere kinder die drei zumindest bei der mutter obwohl er weiß dass dort psychische gewalt gegen die drei angewendet wird wie kann das sein da passt doch etwas nicht und ich habe mich mit einem psychologen darüber unterhalten ich muss sagen das sind natürlich alles vermutungen eben auf basis der beschlüsse des herrn dr marcus bühler vom amtsgericht ulm und dabei sind wir zu der einschätzung gekommen dass der herr dr marcus bühler wahrscheinlich eine ödipale fixierung auf seine mutter hat vermutlich hat seine mutter ihn so erzogen dass er seinen vater hasst der vater hat wahrscheinlich also der vater des herrn dr marcus bühler hat ihn wahrscheinlich auch geschlagen also da war gewalt in der familie gegen den kleinen marcus wahrscheinlich im spiel und man muss sich das so vorstellen wie bei einem kampfhund wenn ein kampfhund so abgerichtet wird so erzogen wird dass er aggressiv gegen menschen sein soll und jeden anfallen soll sobald er von der leine gelassen wird dann wird dieser kampfhund sich nicht erst überlegen ob denn dieser mensch der gerade auf ihn zu läuft oder an ihm vorbeiläuft überhaupt diesem hund was antun will sondern er wird einfach sofort zubeißen und die psychologische dynamik die sich wahrscheinlich um den kleinen marcus herum abgespielt hat in seiner kindheit war vermutlich dass die mutter den vater instrumentalisiert hat damit der vater den jungen züchtigt die mutter selbst hat es nicht gemacht dadurch hatte die mutter eben den vorteil dass der kleine marcus dachte der vater ist der böse und die mutter ist die gute die mir auch das essen wahrscheinlich die spätzle mit soße auf den tisch stellt und er hat dann ein hass gegen seinen vater entwickelt und eben nicht gegen die mutter wobei wahrscheinlich die mutter den vater benutzt hat dieser zu dieser einschätzung kann man kommen weil wenn man sich wenn man die verhandlungen kennt und auch weiß was das jugendamt zu empfohlen hat was ja alles auf basis von lügen basiert ich habe auch ein video gemacht dazu wie da die jugendamtsmitarbeiterin helen müller alles erlogen hat um die kinder von mir fernzuhalten wenn man sich das anschaut gewinnt man sehr leicht den eindruck dass der herr marcus dr marcus bühler als familienrichter sich hat beeinflussen lassen von all diesen frauen und wieder zum klein marcus wurde der sich instrumentalisieren lässt und dann wie es sein vater gemacht hat diesmal nicht mit körperlicher gewalt sondern mit seiner richterlichen gewalt diesmal gegen mich vorgeht und seinen vaterhass auf mich projiziert gleichzeitig aber auch dieselbe gewalt ausführt wie sein vater und sich genauso instrumentalisieren lässt wie es sein vater durch dessen mutter also die mutter von dem kleinen marcus bühler hat geschehen lassen das ist natürlich schwierig er hat auch der psychologe gesagt mit dem geredet habe dass dieser herr doktor marcus bühler da irgendwas ändern wird weil das derart starke muster sind die er wahrscheinlich schlecht reflektieren kann und auch schlecht verstehen kann danke fürs zuschauen und wenn ihr benachrichtigt werden wollt über neuen videos nochmal der hinweis dass ihr dann auf den abonnieren button klicken könnt und aktiviert auch die glocke dann kriegt ihr über allen neuen videos eine benachrichtigung und falls ihr selber einen fall habt über den wir berichten sollen dann schreibt bitte an info at freifam.de und natürlich könnt ihr auch spenden für freifam um unsere sache voranzubringen den link zu den spenden informationen findet ihr jetzt im abspann danke nochmal fürs zuschauen und tschüss zusammen